Meine Augen machen Bling-Bling. Dieser Lamborghini Aventado kostet 1,25 Millionen Euro. Besteht hauptsächlich aus Carbon, beschleunigt von 0 auf 100 in 2,6 Sekunden mit 1.250 PS unter der Haube. In der Tuning Experience stehen über 100 Showcars. Eure Herzen werden höher schlagen. Vom modifizierten Daily Driver zum Rennboliden bis hin zum absoluten High-Performance-Auto. Auch grün kann Spaß machen. Der BMW i8 von Mannert veredelt. Für echte Rennsport-Atmosphäre sorgen die Weltmeister-Autos von Sebastian Vettel und Michael Schumacher. Die Rückkehr einer Automobillegende. Ford präsentiert den neuen Mustang erstmals vor deutschem Messepublikum. Die Rückkehr einer ultra-Backformance-Autos Und reactiv und auf von Mannert verletziert den neuen embodyinga Buben. Und dann soll sie gleich nereden frozen zusammen sein?